Ja Freunde, mein Schatten sieht katastrophal aus. Es ist Samstag, es ist Kackwetter. Ich habe gestern ein paar Bilder gepostet, wie ich die neuen Liquid von OBL bekommen habe und natürlich auch gleich angesetzt habe. Jetzt kann ich natürlich nicht abwarten. Ich würde die am liebsten alle schon probieren, man soll die aber reifen lassen. Naja, da habe ich mir gedacht, dann ein bisschen Langeweile aufkommt, holst du mal deinen ganzen Werkzeugkram raus und tüftelst ein bisschen. Ja und Freunde, das Dach ist dabei rausgekommen. Also ein alter Föhn, ein alter Radiowecker und diese Maschine da. Und da sind jetzt 8 Liquids drin, ich schalte mal ein und damit kann ich die Reife hoffe ich beschleunigen. Mal richtig geil, was gehandwerkelt. Natürlich sieht es jetzt dafür so aus, aber das Teil ist ja mal mega, oder? Das muss ich ja wirklich sagen. 8 Liquids werden jetzt schön geschüttelt und gerührt. Ja, extra leicht ein bisschen unkonisch gemacht, damit es auch rüttelt. Und das Ding steht super, ist batteriebetrieben, kann ich sogar hier mobil mitnehmen. Also ich bin mal richtig happy. Ich hoffe das funktioniert und die Liquids sind in zwei Tagen gut. Oder vielleicht heute Abend schon mal irgend das eine oder andere zu schnabulieren. Ich lasse die mal knattern, die Maschine. Ja und das kommt bei Langeweile rum, wenn man ein Dampfer ist. Viel Spaß und ein schöner Dampfer noch. Bis zum nächsten Mal.